Ich bin der Nicolo, Piercingstudio Wermitzkirchen, Inhaber des Piercingstudios. Seit acht Jahren steche ich Piercings erfolgreich. Ich bin spezialisiert auf Akupunkturpiercings. Ich steche Piercings gegen Migräne, Angstzustände, Panikattacken, Stresssituationen, Schlafstörungen, ein Allergiepiercing, was speziell gegen Allergien hilft, gegen Heuschnupfen, Hausstaubmilben, Pollen, kann sogar gegen Nahrungsmittel und Verträglichkeiten helfen. Und dann noch das Stoffwechselpiercing. Es gibt natürlich noch ganz viele andere Akupunkturpiercings, die wir auch anbieten. Da habe ich jetzt noch nicht so viel Kundenfeedback. Deswegen kann ich da noch nicht die Wirkungsweise zu 100% bestätigen. Aber bei den Piercings wie das Antimigränepiercing, das Shenmanpiercing und das Allergiepiercing, das stelle ich jetzt schon seit mehreren Jahren aus Erfahrung mit Erfolg. Da könnt ihr auch gerne mal in den Highlights, in den Kundenfeedbacks nachschauen. Da haben wir hunderte von Kundenfeedbacks, wo man im Prinzip auch sieht, dass ich nicht nur euch was erzähle, sondern dass es auch wirklich hilft. Also bei mir ist es mit Terminen. Das heißt, bei mir benötigt ihr einen Termin. Hat aber auch folgenden Grund, weil ich mir sehr viel Zeit für die Kunden nehme. Gerade was jetzt das Stechen der Akupunkturpiercings anbetrifft, weil die auch professionell ausgemessen werden müssen. Und ich auch wirklich den Wünschen der Kunden gerecht werden möchte. Alle anderen Piercings werden bei uns spontan geschlossen. Das heißt, da benötigt ihr keinen Termin. Dann könnt ihr zu der Lido kommen. Das heißt, sie sticht die genauso professionell wie ich auch. Sie hat das bei mir gelernt. Und natürlich auch die Standardpiercings. Wenn einer ein Standardpiercing haben möchte, kann er das natürlich auch mit Terminen bei mir bekommen. Nur da ist natürlich auch die Wartezeit dementsprechend ein bisschen. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall auf jeden, der sich bei uns meldet und einen Termin bei mir haben möchte. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall auf jeden Fall. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall.